Hallo, ich bin Isa von Blocklari Lara und wir haben seit neuestem eine neue Flasche im Haus, nämlich Emilie Flasche. Die ist aus Glas und hat eine Schutzhülle, die die Getränke isoliert. Das haben wir natürlich auch gleich ausprobiert, sind auf den Hafengeburtstag gefahren und hatten lecker Tee eingefüllt, sehr heiß eingefüllt und sogar nach etlichen Stunden war der Tee einfach noch schön warm und ja, wir haben auch Sprudel schon eingefüllt, Schorle, Ursaft sogar und meine Große nimmt die Flasche auch immer mit in die Schule. Dort haben auch andere Mädchen schon und auch Jungs schon so eine Flasche und da ist sie auch mal runtergefallen und sie ist sogar heil geblieben. Also die Flasche ist wirklich toll, auch vom Design. Wir haben das schöne Pferdedesign, was sich meine Tochter natürlich selbst ausgesucht hat, denn Pferde stehen bei uns momentan sehr hoch und kurz. Und ja, was kann man noch über Emilie Flasche sagen? Es ist natürlich toll, dass sie aus Glas ist, denn sie nimmt, also die Getränke nehmen nicht den Geruch der Flasche an und es ist auch ein tolles, nachhaltiger, ein toller nachhaltiger Aspekt, denn in unserer heutigen Zeit sollte man schon darauf achten, auch nachhaltige Produkte zu kaufen. Ja, es gibt so viele tolle Designs, schaut einfach mal vorbei und vielleicht findet ihr auch die richtige Emilie Flasche für euch. Bis dann, tschüss!